Am 28. August 430 stirbt in Hipporegius in Nordafrika der Kirchenvater und Philosoph Aurelius Augustinus. Er ist im November 354 in Tagaste in Afrika geboren. Sein Vater ist ein heidnischer Kleinbauer, seine Mutter Monika eine Christin. Sie ist es, die ihn zu klassischen Studien hinführt. Im Alter von 16 Jahren geht Augustinus nach Carthago, der größten römischen Stadt in Afrika, um dort Grammatik und Rhetorik zu studieren. Dort lernt er auch das profane Leben der Provinzhauptstadt kennen, was ihn über lange Zeiträume von den akademischen Studien abhält. Er lebt mit einer Frau zusammen, die ihm einen Sohn gebiert. Dieser erhält den Namen Adeodatus, das heißt von Gott gegeben. Mit 29 Jahren geht Augustinus nach Rom und durchlebt eine tiefe existenzielle Krise. Schon durch längere Zeit hat er geglaubt, die von ihm gesuchte Wahrheit im Manichäismus gefunden zu haben, einer zu der Zeit im römischen Reich weit verbreiteten Religion, deren Grundgedanke die Scheidung der Welt in Gutes und Böses ist. Obwohl Augustinus christlich erzogen wurde, fühlt er sich durch die rationale Art des Manichäismus angezogen. Die strenge Trennung der Welt in die zwei Prinzipien des Guten und des Bösen erlaubt den Manichäen zudem, das Problem des Bösen in der Welt geistig zu lösen. Es sind seine manichäischen Freunde, die im Jahre 385 Augustinus' Kandidatur für die Lehrkanzel der Rhetorik in Mailand unterstützen, wo sich auch der kaiserliche Hof befindet. Die Stadt ist voll intellektuellen Lebens. Augustinus hört die Predigten des Bischofs Ambrosius, liest Cicero und die neu-platonischen Schriften. Schritt für Schritt geben seine manichäischen Überzeugungen, die er als oberflächlich zu erkennen beginnt, einem tiefgehenden Skeptizismus nach. Die Bekehrung des Augustinus erfolgt schrittweise und langsam auf einem gewundenen und schmerzvollen Weg, der ihn schließlich zu seinem christlichen Glauben hinführt. Er beschreibt dies in späteren Jahren in den Confessiones, den Bekenntnissen. Aus einer philosophischen Grundhaltung, die zugleich christlich und neoplatonisch ist, findet er endgültig zum Christentum und wird 387 getauft. In einer klösterlichen Gemeinschaft mit seinem Sohn und einigen Freunden beginnt Augustinus sein religiöses Leben. Weit bekannt und geachtet für seine Hingabe und seine Strenge hält er sich eines Tages in der Abtei von Hipporegius auf, wo der Abt Valerius den Gläubigen die Wahl eines neuen Priesters vorschlägt, wie das damals üblich war. Augustinus wird einstimmig gewählt. Fünf Jahre später, mit 41 Jahren, wird er Bischof von Hippo und bleibt dort für den Rest seines Lebens. Er verfasst viele Schriften, welche die verschiedenartigsten Probleme behandeln, darunter De Trinitate über die göttliche Dreieinigkeit und das geschichtsphilosophische Werk De Civitate Dei über den Gottesstaat. Der später heiliggesprochene Augustinus hat mit seinem Werk die Entwicklung der römisch-katholischen Kirche bis in die Neuzeit beeinflusst. Untertitelung des ZDF, 2020